Und damit herzlich willkommen zu unserer WG und jetzt gehen wir zum Aldi und das ganze barfuß Und damit nochmal herzlich willkommen zu meinem nicht ersten Vlog, aber zu diesem Vlog, denn wie ich ja im letzten Video versprochen habe, möchte ich ja jetzt euch wöchentlich ein Vlog zeigen und habe überlegt, für die ersten Videos zeige ich euch einfach ein bisschen was aus meinem Alltag, was wir gerade so machen in der WG oder auch alleine. Und ja, heute zum Beispiel haben wir uns überlegt, wir gehen einfach barfuß zu Aldi und so weiter und ja, viel Spaß damit. Tadaa! Spiegelbahnfilmen! Geh weg! ає� weg! Ich kann schon mal interessieren, ob ich da noch Wap-Up dazubekomme, weil das ist schon geil. Hast du ein Epiliergerät von Bibi? Also was könnte ich mir schönes vorstellen? Anni, zwölf Jahre alt, will endlich ihre PS4. Nein. Ich will gerade überlegen, ob ich mir Kopfhörer hole, weil ich keine mehr habe, aber die finde ich hässlich. Die sind auch hässlich. Ich empfehle dir. Ja, das Problem, ich habe nur 4 Euro. Genau, ich empfehle dir die für 4 Euro. Ja? Wenn du 4 Euro hast, dann geh ich die für 4 Euro. Oder halt die, wenn er macht. Hey, ich spend dir. Ist auf null Geld. Null Geld. Null Geld. Ich bin Sophia. Oh mein Gott. Okay, ich habe gerade seine Kamera gerippt. Was heißt gerippt? Ja. Oh mein Gott. Glaubt mir, das Ding ist scheißegal. Wir sind einkaufen. Und wenn Paul sich das anguckt, dann denkt der sich bestimmt, alter WTF, was macht der Typ hier. Dreht sich die ganze im Kreis. Also ich muss ja warten, weil die gerade im Aldi sind. Uh, Aldi. Na, Aldi hat man sich mal beschwert, dass wir drinnen nicht filmen dürfen. Also filmen wir einfach hier draußen. Ich warte jetzt, bis sie endlich wiederkommen. Ja. Mensch. Krasser Scheiße. Ja. Ansonsten. Wir sind, glaube ich, alle barfuß. Obwohl, nicht alle. Wir gehen jetzt einfach mal nach da hinten. Drehen wir das mal rum. Ja. Menschen. Also das war's eigentlich. Wir warten auf Paul und schauen, wann er wieder zurück ist. Okay. Ich sehe sie gerade da hinten. Ich weiß nicht, ob wir ihn sehen. Nein, ihr könnt ihn wahrscheinlich nicht sehen. Er guckt da mit seinem Asiatenblick. Ich denke, sie kommen weg raus. Oh, da kommt er. Da kommt Bauch. Nennt ihn nicht mal. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ah. Was hast du so erzählt? Ja, ich hab erzählt, dass wir in Karte. Jena hat gerade Geld gefehlt und ich muss ihm zwei Cent geben. Ich sag, ich zahle mit Karte. Nein, nein. Ich hab ein und zwei Cent Stück. Und ballert der eins nach dem anderen hin. Ich dachte so, lass mich doch kurz meine 33 Cent mit Karte zahlen. Nein, wir zählen das. Und sie die ganze Zeit sich verzählt und neu und neu. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich will mir noch Kippen kaufen. Hat jemand 60 Cent? Ich hab 5 Euro, aber keine 60 Cent. Ich hab ja 60 Cent. Nein. Musst du wohl jetzt deine 60 Cent in Karte. Musst du wohl auf hinzu rauchen. Ich auch. Dann komm, gehen wir. Ja, man. Ja, Mann. Was ist das? Was ist das? Und das war unser... Und das war unser kleiner Ausflug zum Aldi. Und nachdem wir beim Aldi waren, haben wir uns am Abend noch entschieden zum Birking zu gehen. Das habe ich auch noch aufgenommen und das seht ihr jetzt. Was ist das? Der Eis. Wie kann man eigentlich Deutscher sein? Hallo! Wow, wow, das ist ja cool. Und noch einmal durch die Haare, ne, für die Fans. Ich bin auch durch die Haare gegangen, für die Fans. Oh, voll weich. Echt? Ja. Beim Zwirbelst du die einfach so. Follow us on Instagram. Instagram. Warte, warte, ich kann auch mein Tumblr zeigen. Ich bin gerade auf Tumblr. Das ist mein, warte, das ist mein Tumblr. Tumblr. Josi hat nicht blöd, sie hat noch nicht viele Follower. Tumblr. Das ist Jensen Eccles. Und ich mag Bäume. Follow me.